Guten Morgen! Guten Mittag! Und... Halbte ein... Sorry! Ja, genau! Wir haben hier jetzt gerade den letzten Teil fertig gemacht. Und wie ihr in diesem Teil mitbekommen habt? Haben wir zu viel zu tun gehabt! Und haben jetzt den zweiten Teil direkt begonnen. So, macht euch bereit auf den nächsten Teil, denn der wird doch einfach nur... Geil! Ah ja, der wird grandios! 3, 2, 1... Yay, und es fährt an! Hey, wir werden richtig reingeschmissen direkt! Du bist ein Batman! Und der hat dann wieder ein gutes Gewehr, weisst du so! Ja... Können wir nicht umbringen denn das Gewehr von da innen? Oh nein... Also du mal... Du, das Ding ist auf dich lenken! Ah, ich habe schön die Gläse kaputt gemacht! Okay... Go, go, go! Rennen, rennen, rennen... Du, 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 du... Okay... Pam, 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 pam... Die Sets und ich sind auf mich lenken! Ich bin auf mich runter! Okay, lauf! Komm! Okay, jetzt lenken sie auf dich! Pada-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- Ja logisch, ich kann dich nicht, das stimmt nicht mehr. Du längst 7 ab, ja du längst 7 ab. Ey, längst du 7 ab, längst du 7 ab. Zeitlang eben nicht. Ey, wieso kann ich da nicht laufen? So, easy. Da Serik, jetzt chill eine Runde, chill eine Runde. Ah, geil, Serik. Serik, du triffst, triff. 3, 2, 1. Gabum. Und es macht Gabum. Ich bin dumm und du doch auch. Das stimmt tatsächlich schon, du Sau. Jetzt aufs Podium. Hey Vincent, komm. Wir können einfach drüber klettern. Ja, eigentlich schon, aber sonst wäre es nicht spannend. Du, aber endlich wird es mal passiert. Es gibt mal etwas in dem Spiel, das ist schon... Hey, aber das ist wirklich nicht wahr. Der Teil 11. Der Teil 11, der ist es. Ich habe es dir noch nicht gesagt, aber das ist es. Der ist es, komplett. Das ist es. Ich finde es witzig, dass alle noch auf dich schießen, die ganze Zeit. Ja, vielleicht am wenigsten deckig. Ja, dann holt er mir deckig. Wieso trifft dieser Typ nicht? Hallo? Ich habe ihn töten. Nein, das ist... Nein, das ist... Das ist unfair. Das ist nicht unfair, das ist einfach können. Aber nicht können, ja. Vor dir. Komm, put put. Put 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 put. Was mache ich denn da? Ah ja. Ich habe eine bescheissene Position hier. Und natürlich immer nachladen, wenn es am schlechtesten geht. Das ist so. Ich habe ihn nicht sparen, nein. Ah! FF-2. Hey, wo ist er? Ah, hallo. Guten Tag. Bananagüler soben. Ah! Tschüss, Zedek! Hoi! Hey, hey! Water looked too nice. Dive in the pool now. Makes perfect sense. Ah! Oh, das ist jetzt einfach gewissen. Hey! Schau, das musst du jetzt erst können. Sich so abholen, dass Stellabholschutz... Oh! 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 Schauen wir hier weiter. Ähm. Ähm. So eine gute Frage, ne? Oh! Ah! Hey, liebe Zuschauer. Hättet ihr mal Lust auf eine GTA? Nein! Drei! Eins! Let's go! Hey! Jetzt schreibt endlich mal auf die Tappen in unseren Kommentaren. Es ist egal, was! Wenn ihr nicht schreiben eie Buchstaben aus dem Alphabet hinein. Einfach irgendetwas. Ich habe ja nie Buchstaben. Äh, keiner schieß euch zusammen, wenn ihr einfach die Kommentare anschreiben. Ich hatte so nett Buch. Aber so oft, so nett. Bis jetzt so oft, so nett. Das ist so. Und der Einzige, der zurückschreibt, ist niemand. Ich danke niemand. Bist du manchmal? Oh shit. Es ist schon belast. Oh jeiss. Oh jeiss. Sorry du Vaser. Du bist sicher voll viel Wert gewesen. Aber jetzt nicht mehr. He. 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 Hey. Hey. Bereichst du mich? Bereichst du uns mit Islander? Die, die Granaten. Die sind uns aber auch komplett. Kann man da noch Waffen wechseln? Weisst du das? Nein. Haha. Absolut nicht. Hey, ich habe eine Granate. Das habe ich nicht mitverkauft. Danke, dass ich es mir selber mitteilte. Nein. Hey, woher soll ich kommen? Ich brauche einen gescheiteren Platz. Du siehst es auf meinem Bild rechts dort. Auf dem Sockel oder dort ja. So eine kleine... Die für die Granate beten. Aber dann holst du shit. Dann höre ich auch nicht mit. Oh shit. Und das liebe Kinder zeigt doch, dass auch das beste ein Kollege ein Feind kann werden. Ich finde das so... Okay, Schluss. Hey. Ich finde das so arzig, wie du es sagst, liebe Kollegen. Das sind ja meistens auch die Kollegen, die dazuschauen. Da sind ja ziemlich viele Menschen, Hilfe. Auch die, die dazuschauen, die ich nicht kenne. Ich könnte natürlich auch gerne meine Kollegen sein. Meine lieben Freunde. Ich komme. Du Kleiner. Hallo. Du bist ein Kleiner Hures. Hey Jayme, das sagt mir nicht. Du bist ein Kleiner. Sohn von einer Mutter. Einziger Zwei. Ein bisschen abhauen, Jayme. Oh shit. Oh shit. Wenn das Versicherung übernimmt, ich glaube nichts. Das stimmt gleich. Schieß doch nicht nach einmal, du Cap. Hey, ich werde das so auseinandernehmen. Ich auch. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Ich mache das. Ich mache das. Du hattest. Hey, what the fuck? Hey, wieso soll ich jetzt machen? Ich mache das. Ich spreche jetzt mit ihm. Ach so. Ich dachte, du kannst einen Bedarf bekommen. Nein, 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 nein. Dann rede ich mal mit ihm. Sag ihm, dass das nicht gut war, was ich gemacht habe. A way out, get away. You got me. Why'd you do it? Leo. Take it easy. Shut up. I just watched it you piece of shit. Why the hell did you do it? Okay, look. I still got it. That's what you're here for, right? The diamond. Oh shit. It's safe. Over there. Over there. I'll take it. Move it. That's probably not the case. Hmmmm. Why do you have actually a gold buff? I have a frame of him. Yeah. Ah. Ah, an autoschlüssel. Oh shit, he was a- Ah! Oh no. Ah, timey. Ah, he's assaulted. Put the fucking gun down. There's no way out of this. Fuck you. Just give out. Fuck you life. Bing Bong. put it down. Jetzt! Uh ! Ja, ja, ja. Hier ist mir wieder ein Tisch. Oh, jetzt! Jetzt, Doppel! Auf die jetzt scheinbar! Ja, ja! Oh, nein! Zum Glück, wenn wir sie mir vorhalten, dann Pulverbaden, nicht jetzt. Ha, Loser! Jetzt, Doppel, spring jetzt mal kurz. Nein, ist aber nachher, Brünschen. So ein Prinzip, weißt du? Einfach ein Prinzip, auch wenn du jetzt rennen musst. Du weisst, für das WC bleibt immer die Zeit. Absolut. Ja, ich bin Nummer 12. Aber wir haben die Folge Nummer 11 erst. Es gibt keinen Sinn. Oh, Jesus. Schöne Doppel. Das sind schöne Buchmapsi XXS. Ja, Buchmapsi XLS. LS, 10 Cent. Ja. Ja. Ich werde gleich da machen, also nicht mehr. Ja, mir geht gar nicht. Das ist ruhig, ne? Das Wichtigste ist, was ich gerade machen kann. Aber falls du bei der Polizei angehalten wirst. Äh, du eben jetzt, äh... Ich habe das Gefühl, die Polizei wäre unser kleinstes Problem, wenn es überhaupt ein Problem wäre. Ich glaube, die würden dich nämlich lieber eine schöne Anzeige schreiben, für mich nicht das Anhaben. Auch in dieser Situation. Digga, was ist da los? Ja, was ist das? Ich bin fast auf denen gelandet. Ich fahre hinter denen! Nein! Du kannst halt wirklich nichts machen. Ich bin so gut wie auf denen gelandet. Ich bin hinter denen gefahren, Mann. So, weisst du, die haben mir direkt in die Presse geschossen. Ey, wir haben alle fünf Sekunden gefühlten Checkpoint. Das ist sehr wund. Ja, das ist schwierig. Ach, weil sonst würde es so doof, wenn wir ihn hier rufen. Alter, ich bin jetzt erst spät. Du auch mal fahren, weisst. Das ist doch die größte Trauze. Auch mal fahren? Ja, du hast die ganze Zeit gefahren, fahren, fahren. Ja, ja, natürlich, ja. Hey, Jamie! Hast du mir ein paar Kollegen mitgebracht? Ja, ja. Ist ehrlich, was machst du morgen oben so? Während dem, dass das Video rauskommt. Morgen oben? Während dem... nein! Hey! Mann, Alter! Ich habe das wirklich nicht gesehen. Ich habe morgen oben erwähnt, dass das Video rauskommt. Morgen? Ja. Morgen. Nein. Nein, nicht morgen. Nein, ich habe nichts gesagt. Ich dachte, ich will morgen. Das Video kommt erst eine Woche später. Ja. Das stimmt! Nein! Ja. Hey, ich vergesse einfach alles, was ich euch... Aber nicht Motorrad fahren. Vergesse einfach... Es hat einfach richtig cool ausgesehen. So ist meine Kamera so beschissen. Warte zur Hölle. Digga, wie fahre ich? Ja, beschissen. Ja. Hey, ich muss mir echt auch danken, dass wir uns etwas mitzeigen können. Ich habe echt schon 50 Mal... Jo! Was? Ich bin genau dort hineingefahren. Genau dort hineingefahren. Genau dort hineingefahren. Ich bin so froh, dass ich nicht der Einzige bin. Ich bin so froh. Ich bin so froh. Hey, halte dich einfach ganz links. Die ganze Zeit links. Ja. Um das mit dem Lenker zu spielen, das wäre es doch. Ja, Alter. Kontrollen würde gerade ein bisschen besser gehen. Nein, mit dem Lenker. Weil ich habe überhaupt kein Gefühl gerade mit der Taste. Ja. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Hilfe, Jamie. Ich sehe, die hat Hilfe. Keine Art. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Die Räder drüllen ein bisschen zu schnell für das, dass... Ja, Alter. Das kannst du ja niemandem erzählen. Ah, nein, ich bin Nummer 13. Wie viele Folgen gibt es echt schnell? Was machen wir nachher? Wayouts, ehrlich? Dann haben wir kein Video, was wir immer bringen können. Dann haben wir kein Cut-Ding mehr. Ähm, Scheisse. Ähm, Sims 4. Das ist irgendetwas, das wir an Cut hochlägen können. Leute, wir denken uns noch etwas aus. Vielleicht wäre... Schreibt es doch in die Kommentare. Ja, was ihr euch an Cut wünscht. Das kann von A bis Z alles. Wenn eben nichts an Cut, sie wollen das im Schneiden. Aber wir sagen nein, sonst nein. Oh, fuck. Ich sage auch nein zu schneiden. Egal was. Egal was dir sagen, einfach irgendetwas. Schreibt auch irgendetwas einfach in den Kommentaren. Schreibt mich, du bist mir vorne dran. Schreibt einfach das Wort irgendetwas. Oh mein Gott. Also... Oh nein! Vielleicht eine Spiel... Vielleicht eine Spielart, die ihr gerne mögt. Ob es jetzt Horror, Action oder sonst irgendwas ist. Nein! Hilfe! Die Schiessen mit Orbital-Kanonen. Die Schiessen mit Orbital-Kanonen. Schön, dass es bei dir gut läuft. Ich... Ich muss tippen. Ey, es ist im Fall verdammt schwer, hier zu tippen. Ich... 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 Mann, dieser muss immer mein sein. Schau mal, der trifft, den ich auch nicht gelegt habe. Leo, fahr! Ha! Jetzt bin ich mit dem, der fällt. Ey, der Schuss ist ja sehr gut mit dem Bild synchronisiert. Ist das nochmal optimalisiert? Where the hell did they go from? I don't know! Just keep them off our backs! Es ist im Fall noch schwierig. Was habe ich da für eine Nasik? Ich kann nicht hinter einem Mann. Wieso haben wir das Spiel schwarz und missfaden? Hallo, wir sind die Läufer. Nein, wir kennen es seit Jahrhundert. Wir kennen Farbe. Es sind Videogames. Es war ein schwarzes Piss. Der Weg. Wie viele Trucks haben sie? Ich habe mich nicht. Nein, weisst du? Hey, tschau. Nein, das hat er nicht geschafft. Hey, tschau. Hey, Jum. Tschau, mein Mann. Ich komme. Was mache ich? Ich komme. Ich komme. Ich komme. Weg ins Zeug rüber, Mann. Hey, tschüss. Tschau, tschau. Ah, shit. Oh Mann, ehrlich. Das war doch random und furchtig. Boing. Ich mache den Ferien. Oh. Oh. Wie viele Trucks haben sie? Hell yeah. Let's catch the plane now. Es ist auf jeden Fall schwerer, als du glaubst, das zu fahren. Komm da. Komm. Ich habe meine Zerstoffen Mühe. Ah, du darfst einfach mit Lenken, okay? Hey. Hallo. Ich glaube, wenn wir noch gewartet hätten, wäre es noch nicht länger gekommen. Shit. That was close. Ich habe Bock durch die Feld. You okay? Yeah, I'm fine. So. Weisst du, nimm mal ein Hallo von ihr. Great flying. You guys are crazy. Vincent, you're gonna have to pay me triple for this. You got it. Und du mit. Mit dem Gespräch von deinen Leuten. Sagen wir Danke für die Zeit. Hey, nein. Warte. Was kommt jetzt noch? Spannend. Hallo. Danke, dass ihr die Glück habt. Ja. Und ich freue mich auf den nächsten Teil. Auf den 13. Teil. Ahoi. Ahoi. Hey, Emmu. You have a pen and paper? Wait now? Why not? It's a long way home. Ah. You got anything better to do? Not really. Alright then. Alright then. Alright then. Das ist C, 3, 2, 1. Das ist für den Junior. Ja, tschau dann. един. C, 3, 2, 1. Vielen Dank.